Ah gut, jetzt. So, willkommen zurück bei Bunny Must Die. Und ich hab was herausgefunden. Also, hoch, 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 hoch. Das Herz habe ich mir jetzt noch nicht geholt. Und... Batsch. Yay, hier ist was. Das geht an und... Bam. Ich hoffe, jetzt komme ich hier irgendwo mal weiter. Ansonsten hätte ich nicht. Keine Ahnung, was ich machen muss. Hm, 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 hm. Äh. Tür da unten offen? Nein. Und mittlerweile sehe ich was. Na gut, hier ist auch dunkel. Hm, hm, hm. Irgendwo muss es hier noch weitergehen. Ist mir das hier etwa wirklich... Halt. On. Ich hab eine Vermutung. Die Vermutung bestätigt sich auf jeden Fall mal nicht gut. Äh, dann muss ich einen weiteren Weg finden, wie ich hier weiterkomme. Wow. Was zum... Okay, neue Vermutung. Hier gibt es auch so einen Ball. Ich hab den jedenfalls schon mal gesehen. Neue Vermutung. Was ich machen muss, um weiterzukommen. Ball. Ah. Auch wenn's Arsch blendet. Hm. Gleich mal... Schauen. Hm, hey. Das splitt doch so extrem, da muss doch was sein. Äh. Dööö. Hm. Ich geh nicht. Aber, aber. Okay, jetzt regelt mein Datei noch am Ende. Nicht, also, nicht hingucken, Leute, das beendet jetzt. Und es bringt mir auch nichts. Äh, anscheinend habe ich irgendwo irgendwas vergessen. Und wahrscheinlich werde ich jetzt sowieso gleich sterben. Obwohl, ne, ich habe meinen Heilort ja da oben. Und dummerweise habe ich damit auch gleichzeitig gespeichert. Aber das muss doch irgendwas bedeuten. On. Was ist on? Es ist zu dunkel, um das Zeichen zu lesen. Ja, das habe ich auch schon bereits gemerkt. Okay, von hier bin ich gekommen. Mhm. Halt. Oh. Besser. Vielleicht bringt es was. Also, Laser, komm mal her. Und zwar ganz, ganz schnell. Ich weiß, dass das effektiv ist. Ich wusste, dass es effektiv war. Ich hoffe, die kriege ich auch so kaputt. Ansonsten kann das jetzt dauern. Habe ich fast gesagt. Halt. Okay, 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 okay. Äh, Fazit. Ich weiß immer noch nicht, wie es weitergeht. Aber das wussten wir ja bereits. Ich weiß, was soll das darstellen. Ich weiß, was soll das darstellen? Irgendwann, äh, hä? Habe ich da oben richtig? Ah, Anschilde, okay. Jetzt bin ich auf der Suche nach allen Teilen, wo ich on machen kann. Und dann schaue ich mal, ob mir das in irgendeiner Weise mal weiterhilft. Aber zum Glück habe ich's Schwert. Das ist stark. Gut, nicht gegen die einen Nerven, aber gegen die anderen Nerven. Und war hier auch was? Zeit, Spaß, Bamba. Du solltest dein Salto längern lassen. Und nein, ich werde das Herz zum Teufel nochmal bestimmt nicht holen. Ich bin ein bisschen verrückt. Aber nicht Suizid. Okay, da oben ist noch ein Brandschild. Ja. Mach nur dein Ja. Obwohl du ein Hase sein willst. Und trotzdem mal... Ja. Ah. Okay. Da hat das Licht mich genervt. Ah. Ich weiß, du kannst das zur Seite springen. Wieso machst du es dann dort nicht? Normalerweise kannst du es doch. Gut. Geht doch. Klick. Nicht. Wollab. Teil an. Auch wenn ich so langsam eine Vermutung habe, was das bringt. Ohne das Licht sieht sie es schlecht. Ohne das Licht sieht sie es schlecht. Ich brauche mehr Licht. Halt. Hat das Sinn ergeben? Habe ich noch irgendwelche Klickteile ver... Ah, da fällt mir noch ein Ruhm ein. Bei dem, wo ich geradeaus nicht durchkomme. Vielleicht gibt es dort... Ja. Ja. Äh. Okay. Äh. Okay. Leute, schaut nicht zu viel fern. Schaut lieber Let's Plays auf YouTube. Dann passiert euch sowas nicht. Halt. Das ist ein Mädel, der... Ich schaue hier unter den Rock. So. Weg mit der... Weg mit dem Spaß. Auf zum... Was zum... Oh. What the... What the... Egal was es war, es war interessant. Aber erstmal Licht an. So. Anscheinend fehlt mir noch eins. Oh oh. Ich habe auch eine Vermutung, welches mir noch fehlt. Da war doch irgendwo auch noch so ein... Ja. Boomerang. Okay. Ah. Und das schwert ruhig hier aus. Oh. Supi. Hm. Wart, wart. Oh. Das heißt, ich darf drin. Na gut. So schlimm wie der andere Landsprung dort hinten ist das ja auf gar keinen Fall. Hm. 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 Ah. Na los, Bunny. Du weißt... Ich weißt, die... Danke. Du schaffst es. Klick. Halt. Klick. Danke. Äh. Ist die Tür jetzt unten wieder offen? Dann kann ich mir nichts hier...